Oh, es wird wieder dunkel. Das Wetter ist gar nicht so gut. Dunkel fast so wie die Umgebung von Get The Fuck Off, der zweite Teil. Denn das werden wir uns wieder in Angriff nehmen, mit der Konventie zusammen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nach dem Intro geht's los. So, auf ein neues. An die Fahrt nach unten könnte ich mich gewöhnen. Eins, zwei, drei, vier. Alle da. Ja, alle da. Hallo. Ja, die Winkfunktion hätte ich noch einbauen. Ja, aber. Dann müssen wir uns ja alle festhalten. Witte man sich an den Händen hält. So. Winken. Und dann ausrasten. Oben war die Welt noch schön. Einer zittert schon vor Furcht. Oh, nee, alle. Ja, wir schaffen das. Ja, ich habe leider nichts gefunden bezüglich den Edikatoren von der Uhr. Weil ich wissen wollte, welche, was, was bedeutet. Aber schon das erste Melee, dann deine Main-Wappen, deine Secondary-Wappen und dann deine... Der ist schon, aber der, der, der große, der, das große Quadrat. Oh, ich sieh's. Ob das dann das ganze, insgesamte Magazin ist, oder... Warte, ich schieße mal zum... Ist ein Sleeper da? Nee, dann schieße ich erst mal nicht. Ja. So, jetzt mit dem Hammerstein hat er die... Komm, dann 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 hat er die... Scheiße, jetzt sind wir da drückt. Oh, aktiv. Stay focused. Na, komm. Oh, die weißen ja gut aus heute. Mhm. Warum? Oh, das ist total guter Anfang. Ja. Sammy hat noch 100, aber ich hab bestimmt was abgekriegt. Ähm. Naja, gegen Luft. 67. Was? 67? Nee, das ist... 68. Und... 88. Einer von diesen... Von diesen Dings war das. Einer von den... Hier ist nix hinter. Wir suchen noch aktiv nach... Nach Artefakten, oder? Ja, und halt nach Informationen. Ja. Wir müssen ja Terminal 636 finden. 636, jawohl. Hier ist die große Frechleck. Achso, der... Haben wir uns nicht letztens beschwert, darauf wegen der großen Taschenlampe? Nee, wieso? Nee, war gut, okay. Weil die ja so viel... Irgendwie ist die Steuerung... Die Höhe ist nicht richtig bei mir. Und ich hab erstmal einen... Munitions-Effekt gefunden. Ja. Oh, Munition, aber... Ich hab jetzt noch nicht geschossen. Ich guck mal, wie viel Prozent hab ich denn hier auf meinen... Stockauf, wie... Wie sieht hinter der Tür hier aus? 60, 46. 60, 46. Guck mal hier, du kriegst mal einmal... So. Was ist denn das? Ach, du kriegst was. Ich glaub, ich hab ein... Müsst ja noch voll sein, gell? Kannst du mal gucken, Stockauf, wie das hier hinter der Tür aussieht. Ja. Joa, ne Menge. So. Hört sich nach Spaß an. Hört sich an nach... 5, 6, 7, 8. Uh, 8. Scheiße. Hm. Gehen wir erst mal woanders hin. Ja, gehen wir erst mal woanders hin. Warte mal hin, bleib mal stehen. So. Bist auf die Tür her? Viel sagt, auch ne Menge. Ist die gleiche, ist quasi die, die andere Seite von der, von nebenbei und ich. Also die 8 und noch weitere 3. Mhm. Okay. Dann suchen wir erst mal noch ein paar andere Räumchen. Ja. Bin schon ein bisschen vor. Und hier ist auch noch eine Tür. Hier ist nichts. Artefakt. Das sind wir aber nicht übelst viele. Hier oben war es sowas. Hier ist ja eine abgeschlossene Tür, da sind auch ein paar drin, oh Gott. Aber heute macht man es uns echt nicht einfach. Ja, wir müssen eigentlich durch die Tür hier. Starkov, die Tür, wo du gerade angeschaut hast, ist immer noch die gleiche Zone, wo die ganzen Achter sind. Starkov. Wir müssen hier hinten durch die Tür, glaube ich. Komm, ich komm, so. Durch diese hier? Oder ist das neblig hier? Da ist ja wieder... Wir gehen mal zu Sammy, wa? Ich hab, äh, wenn ihr auf die Karte schaut, hier oben noch, glaubt, ne Karte... Wo war die Tür? Ah, nee, da ist er schon. Schon auf, okay. Achtung, hier sind welche? Oh, hier sind Handgranaten, wenn jemand sucht. Ah, okay. Nimm ich wohl. Ja, kann nicht schaden, grad bei den Achtern. Ja, ja, das sind diese, diese... Korgummi-Granaten. So, da, wo du hingehst jetzt, Sammy, da... ...is was. Hier, hier ist man, hier, hier. Hier ist noch ein Schrank. Ja, hier ist wirklich was hinter. Sie vom Granat immer noch. Aber das sind nur fünf. Dann nehmen wir lieber das. Aber ich muss schon sagen, jedes Mal... ...läuft das Spiel anders. Das gefällt mir. Obwohl der Level ja schon gleich ist, ne? Ja, ja. Ja, später. Äh, sagt Bescheid oder schreibt mal irgendwie, wenn ihr... Weil ich bin grad jetzt noch beim anderen Spiel. Ich hab ein Discord-Junior auf meiner Hand. Ja. Sagt einfach Bescheid, dann wenn er... ...ja, wenn einer rausgeht oder sowas, dann würde ich dann zusteigen. Alles gut. Am besten per Privatnachricht, weil da seh ich... ...da seh ich dann hier oben. WTF? Ja. Ich glaub, das Spiel hat sogar eine Zuschaufunktion oder so. Hab ich irgendwo mal gesehen. Ah, okay. Ich... Ich stell mich mal hier noch auf Stimme im Discord. Ja, das war ein paar. Die können wir, glaube ich, dann mit einem Hammerblatt machen. Okay, ich mach... Ich mach das Lock auf. Okay, bereit? Ah, warte mal. Stopp, nein, ich noch nicht. Taschenlampe aus. Jawohl. Taschenlampe aus. Nein, ich meine jetzt meine von meiner G2. Taschenlampe aus. Das war doof. Jetzt hat sich echt der Dings-Modus eingeschaltet. Der Path-Through-Modus. Ach so. Dann siehst du dein Zimmer und hast so eine... Hat mich voll aus der Immersion gerissen. Das wäre jetzt doof, ne? Wenn dann genau die Monster da sind und du siehst dann... Das ist richtig. ...dein Zimmer. So. Okay. Dann fangen wir die Hut. Genau vor der Tür. Okay. Hau rein. Oh nö. Die schießen. Zuhause. Ah, läuft doch. Läuft doch. Wir sind ekelhaft, aber... ...hat funktioniert. Also haben wir viel Schaden gekriegt. Das zähle ich gar nicht. Du hast 61. Wie viel habe ich? Ein bisschen habe ich. Ja, du hast gar keinen Schaden genommen. Sack auf. Ausnahmsweise. Nein. Ausnahmsweise. Artefakt. Findest du die da? Ehrlich. Hm? Oder jetzt gehören. Taschenlampen machen. So. Wollen wir Glowstick jetzt haben? Will jemand Glowsticks mitnehmen? Wir sind close. Okay. Auch Klostöcke. Das ist klar nichts, wa? Wenn man nichts hat, ich habe eine Granate. Also, guck mal. Hier ist eigentlich... Äh, haben wir alles hier durch? Hier ist auf jeden Fall nichts zu sehen hinter der Tür. Nein, nein, hinter der Tür ist er auch noch nicht. Einer fehlt noch. Maniac, kommst du noch dazu? Nirgends heiß? Jo. Okay. Ich habe hier irgendwo in die Entgebung, war da was, oder? Hast du den 2? Normalerweise ist hier immer irgendwas hier. Ich gehe mal so langsam hinter. Wir haben hier ein Refill Pack und ein Fog Repeller. Also, das Pack kann ich nicht mehr nehmen, aber ich habe... Ach, siehste. Braucht nur jetzt jemand. Medicate? Ich habe nämlich Medicate von uns eingesammelt. Ja, dann mach doch mal hier den... Ja, dann... So. Danke dir. Danke dir. Genau, mach wieder voll und dann nimm das Munitions-Pack. Ich habe, glaube ich, noch, oder? Den Refill Pack kann man für die Sentry Guns benutzen, oder? Nein, normalen BUFF. Und was ist denn hier? Das sind die Flophilies und Flophilies. Genau, genau. Ja, alles klar. So, hier vorne war noch ein paar Jahre, soweit ich weiß. Die Stelle kommt mir selber kein Vorstand. Hier auf dem... Auf dem Scanner ist nichts. Dann könnt ihr eure Sentry Guns schon mal auffüllen, weil die ja alle bei 86 sind, außer bei mir. Hier ist wieder ein Terminal. Welches brauchen wir eigentlich? Wir brauchen... 636. Wir müssen so eine 63 erreichen, wie ich das letzte Mal. Ja. Aber ich sehe hier gar nichts oft. Ja, komisch, dass hier nichts los ist. Wollte jemand Landmine haben? Landmine? Oh. Pick up. Ach, das ist eine Landmine? Ich glaube, das ist... Ne, Lockmelder, oder? Ne, der ist schon, ich stehe gerade, das Lockmelder, ja. Ja, hier könnte man mal diesen Fock Repeller... Hier ist auch noch ein Fock Repeller. Ja, schmeiß den doch mal hier hin. Okay. Hier unten rein. Also, wir brauchen verteilen. Oh, fuck. Nein, nicht... Jetzt habe ich zwei gemacht. Macht nichts. Das ist so böse, wenn wir die Dinger arbeiten, ey. Jetzt sind wir die Fische-Gunkle alle. Ja. Da sind wahrscheinlich vier in so einem Pack drin, oder? In so einem Fock Repeller Pack. Reihe, glaube ich. Gleicher, leider nicht. Okay. Doch, wieder was. Ja, hier lag ein gewohne Artefakt hier in dem leichten Haufen. Aber was du noch Gorkinde gescannt hast, Stocker, wunderschön. Das ist auch nix in den anderen Wänden hier? Aber wir hören es ja auch gar nicht. Normalerweise hört man die immer so. Weil das sowieso. Aber ich will nur zu Ciro-Päbischkehle sein sollen. Das kommt in der Ecke immer welcher. Dann kommt nachher noch das dicke Ende. Okay. Da oben können... Ja, da oben ist ein Schrank. Ja, da ist ein Schrank. Hier sind hinter der Trühe ganz viele. Okay, dann war das... Eigentlich hätten wir das uns auch denken, wenn es nicht verteilt ist, dann ist es... bestimmt... konzentriert. Irgendwas Interessantes da oben drin? Äh, Munition. Munition? Oh. Dann nimm mal mit, ja. Aber die brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Welche? Hier auch eine Magnenta. Uiuiuiuiui. Auch einiges? Oh je. Ja gut, wir haben die Qual der Wahl. So, wenn wir ihn direkt noch führen. Ich glaube, da könnte er mal unsere Sentry-Gans mal nutzen. Ich würde sie noch aufschreiben. Oh, voll übersehen. Sehr gut. Guck mal, hier sind auch welche drin. Aber das ist nicht ganz so... Oh, doch. Warte mal. Bleib da mal stehen. Oh. Ganz drauf. Boah, wie krass der Scheinwerfer ist, ey. Ah, nee, hier kann ich nur... Halt mal hier. Ist irgendwo wenig hinter, Stockhoff? Ich guck gerade, hier ist... Na, das sieht alles viel aus. Bleib mal stehen. Ah, hier. So, jetzt habe ich hier noch die... 87 Prozent. Okay. Die hier ist sonst mal vor zu, Stockhoff? Wie viel ist das? Ja, ähm, ähm, ja, so... 9, mindestens. 9? 9. Oh. 9 sind natürlich krass. Hm. Hm, 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 hm. Ach, sag die Karte. Wir müssen garantiert wieder hier rüber. Ja. Ja, da ist, äh, da ist, äh, der Generator. Hallo, Odin. Da ist bestimmt auch die Tür da unten, aber ich würde eigentlich schon... Wer ist denn Odin? Odin ist mein Kater. Was? Was ist denn? Taschenlampe aus? Ach, Taschenlampe aus, Leute. Oh nein, warte. Taschenlampe aus. Ach, die Taschenlampe aus. Mach die Taschenlampe aus. Aus, 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 aus. Aus, aus, aus. Vielleicht können wir die einsteigen irgendwie nehmen. Let them sleep. Let them sleep? Als ob. Ich geh jetzt gleich mal eins auch mit dem Hammer drauf. Nimm mal einen einzelnen, genau. Jawoll. Scheiße. Ich hab trotzdem reagiert. Das ist gut. Nee, kannst wieder ansammeln. Oh, 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 da kommen sie. Fein, feines Sentry. Oh, wie sieht's? Oh, Sammy hat gut was abgekriegt. Und Fox hier auch. Oh. Ja, bei mir ging's, aber noch allwegs muss ich sagen. Wie viel hab ich? Ach, ich hab der Landminder für gefunden. 26. Wie 26? Ich hab nur noch 96%. Ich hab doch gar nichts abgekriegt. Von wem denn? Steins, bestimmt noch Sentry am Ende drinnen oder so'n Scheiß. Oh, ich war doch nur hier. Das gibt's noch nicht. Was ist denn das für ein Spiel? Hauptkorbus zum Schluss. Ja, aber das ist doch unfair. Ich hab doch nichts abgekriegt. Ich hab drei Leute mit dem Hammer niedergemäht. Waren da vielleicht Zielsuchende? Nö. Nee, gell? Auch gar keine Feedback für irgendwie... Mhm. Ich hab jetzt noch der Fakt. Ich hab auch nicht. Man müsste zumindest irgendeinen... Wir müssen das überleben, Stockhoff. Ja. Du darfst nicht sterben. Kommt bloß nicht auf die Idee, sterben zu wollen. Naja, wir kriegen ja immer 20% wieder am Ende. Das würde ich sehr unfair finden, wenn du stirbst, ja? Wenn wir... Also meine neue Taktik ist die... Wenn wir alle 20% haben, dann greifen wir immer nur zu dritt an und der andere... Einer versteckt sich immer und versucht die dann heimlich wieder zu überleben. Hm, das ist ne gute Idee. Ich bin für alle Ideen offen. Oh, braucht jemand nen Medi-Pack? Oh ja. Ja, ich glaube nicht, ne? Ich hörte, ich hatte was von 26. Kommen sie her. Das können wir in der Gate-Nahe. Du brauchst selber auch. 46. Du brauchst selber eins. Du hast nur 32. Jetzt immer noch? Ja, guck mal mal. Jetzt hast du 52, ja. Ja, komm. Dann ist er weit versich. Jetzt hast du es dir selber gegeben. Echt? Ja. Wahnsinn. Du hast ja auch nur 50. Okay. So. Du hast da gesagt, oder? Oh. Ja, ich hab hier auch gar keine... GAN-Daten. Oben ist noch ein Durchgang, glaube ich. Du hast doch einen Stock auf seinen Personenscanner hier zu der Tür. Gar nichts. Zu welcher Tür? Wo bist denn du? Wir sind gar nicht bei dir hier. Na, jetzt haben wir wieder in die Richtung von der gekommen sein. Ja. Achso, hinter der Tür wird wahrscheinlich gar nichts sein, wenn ich gerade so richtig sage. Nee, da ist auch nichts. Hier hinter der Tür ist wieder fett. Naja, die auf die Tür, bin ich schon gespannt. Da dürfte jede Menge dahinter stehen. Ja. Ich sehe nur vier, aber da sind noch mehr. Wenn das die große Zone ist, dann sind sie verteilt. Ich weiß nicht, ob da... Nee, das sind die ganz große. Ich glaube, das ist der Vorraum. Okay. Nee, das ist die große Zone. Okay, weil hier sind die verteilt und ich glaube, dein Bioscanner hat nicht so viel Reichweite, um mit alle zu... Genau. Taschenlampen aus. Komm, wir holen erstmal nur einen da raus. Ja. Mit Mine? Okay, warte, ich versuche ihn ohne Mine. Weil die zwei Verschwendungen werden jetzt wegen einem. Na, du hast jetzt ja die ganze Familie aufgeweckt. Ja, dann lohnt sich aber die Mine. Wir verhächterst. Scheiße. Und, und, komm! Die hat aber nicht viel gebraucht. Weil wir waren nicht viele dabei. Ich glaube, wir haben... Status? Mir geht's gut. Sammy 40%. Ich sag auf 34. Ich glaube irgendwie auch, dass wir hier Friendly feiern, ne? Naja, du hast hier Friendly feiern. Du bist schon aufpassen, auf wen du hier schießt, ne? Ja. Ja, okay. Na gut, dass ich mit dem Hammer unterwegs war. Ich war nicht schuld. Würde ich jetzt sagen. Nein, nein, nein. Ich bin ganz vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig beim Hammer. Nein, aber das könnt ihr auch die Sentry dann, ne? Die ist dann leicht mal das Problem, wenn du damit... Das könnte es sein. Ach so. Das hatten wir gestern hier auch. Aha. Da hat die uns hier reingeblasen. Die Sentry, ja, die hat mir... Jetzt haben die mich gleich gekillt, ey. Ja gut, dann müssen wir die Sentry nehmen als Verteidigungspunkt und irgendwo Abstand halten. Artefakt. Habt ihr schon den Generator-Schlüssel gefunden? Der müsste wahrscheinlich unten sein, wie ne... Oder hast du? Ne, ich hab ihn... Also zumindest diese Batterie da vorne. Na komm schon. Da kann ich natürlich nichts anderes machen hier. Scannen oder so. Ich hab mir dieses Ding. Aber wenn jemand den Generator sieht... Kann mir jemand sagen, was ein Bulkhead Key 734 ist? Den haben wir jetzt schon... Den haben wir schon mal gefunden, aber... Wir müssen rausfinden, müssen mal an der Termine rausfinden, für was der Schlüssel gedacht ist. Schön, Bonusraum. Also wenn ich jetzt Fantasie hätte, würde ich jetzt sagen, dass es vielleicht für die Tür 734 statt den Terminal mit diesem Teil zu öffnen ist. Na, ich würd' sagen, ja, irgendeine Tür öffnen würde das ein. Ja. Aber kommt halt die Frage... Also, du hast halt hier hinten noch das Gebiet, was wir bis jetzt ja immer ein bisschen ignoriert haben, weil es zu schwer war. Aha. Ähm, da könnte halt noch was kommen. Hier geht's ja noch weiter. Das soll auch nie grad klänen, was hier kommt jetzt auch. Ja. Hm, wir können ja eigentlich schon mal hier die Verteidigung aufbauen. Ja, ja, Verteidigung aufbauen hört sich gut an. Die kommen ja von... Von der Tür hier. Ich stelle meine Sentry aber diesmal ein bisschen anders. Das war zwar eine gute Idee, aber die Sentry war da vorne dann doch relativ nützlos. Ich stelle mal meine hier hin. Dann stelle ich meine mal hier hin. Pass auf dich auf, Sentry Gunn. Sind die dann hier aus der Tür rausgekommen? In der zweiten Welle? Nee, die müssen wir doch... Dann müssen wir doch warten, bis die aufgeht. Ja, aber die sind... Das war ja das Problem. Wir haben die eine Tür aufgemacht und die andere... Da kam sie uns dann ja in den Rücken gefallen. Hm. Ja, das war ja nicht hier. Das war der Endboss. Den müssen... Da kommt der erst noch. So, Medikit oder sowas hat keiner mehr was gefunden, ja. Haben wir schon unten die untere Katakomben schon durchgeschaut? Habe ich schon durchgeguckt, ja. Okay. Vielleicht sollten wir irgendwelche erhöhten Positionen einnehmen. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, ja. Hier, sowas hier oben. Wieso nicht? Ich meine, hier müssen wir erstmal hochkommen. Ja. Wenn die schon da sind, dann müssen wir unsere Umgebung schon nutzen. Das Problem ist, wir müssen hier auch nebenbei aufpassen, ne. Hier kommt zwischendurch so eine Sicherheitsabfrage. Da müssen wir uns hier so rote Flächen stellen. Ah, das war das, was wir... Starcraft hat, was wir uns gefragt haben. Genau, was das so ist. Da müssen wir uns da reinstellen, dann hast du das halt nicht vergessen. Wir müssen sowieso jetzt alle am Anfang erstmal hier kurz vor die Tür kommen, bitte. Wolltest du das Ding auslösen? Wer? Wir sind jetzt erstmal alle vor der Tür hier sammeln. Genau, jetzt hier die Punkte stellen. Wo ist noch ein Punkt? Ah, ich komme... Der Gegner kommt, Vorsicht! Können wir wieder weg von den Punkten? Ja. Ja. Oh, fuck. Scheiße. Alles gut? Ja, ich bin runtergefallen. Damage. Hab ich nicht drauf geachtet? Das ist so. Ja. Oh, da ist ein Großer. Ja, der Big Head. Den haben wir. Wow. Okay, ist tot. Wo ist aber nicht mehr viel Schuss, ey. Central ist leer, ja. Status der restlichen Centuries 317 und meine mit 52. Okay. So, Hells, ihr Maniac ist gut, 69. Sammy 35. 49. Wie viel habe ich? Leben? 29. Wieso habe ich wieder was abgekriegt? Ich war da oben drauf, ab dem Ding. Die wollen mich doch veräppeln. Willkommen in der neuen Zone. Das war ja diesmal aber deutlich einfacher. Ja, irgendwie schon. Weil wir den Weg ja inzwischen in- und auswendig kennen. Ja. So, Stockhoff, scannst du mal hier die Gegner? Ja, ich bin hier am scannen. Oh, ich liebe dieses Rot. Oh Gott. Da fühle ich mich wie zu Hause. Ach, du warst da vorne. Ich bin hier mit dem roten Zimmer, ja. Da ist die, da ist der Chef. Achtung, fast oft nach vorne ist der Chef. Der Chef? Das hat den gerade gesehen. Das ist super sweet. Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, das wäre Deko. Das ist der Big Boss. Ja, wollen wir den Plan machen, oder? No, no. Das kommt. Er ist alleine. Ja, meine Sintrisse auf jeden Fall leer, ne? Also, wenn dann... Also, ich habe noch eine Schuhe, eine gute Schordi. Könnte ich noch ein bisschen reinsemmeln. Oh, mein Gott. Schroi, meine Schroi, jetzt so weiter. Aber wenn wir die jetzt abballonen können, könnt ihr euch drauf verlassen, kommt die anderen jetzt klar an. Ja, aber das ist doch der Alarm. Das ist da ja der Alarm für die anderen, glaube ich. Okay. Ja gut, dann versuchen wir erstmal außen rum zu laufen. Ich weiß nicht, das Tor lässt sich nicht schießen. Stockhof, ist die Tür hier hinter, ist wirklich nichts, oder was? Da ist nichts, nein. Gut. Vielleicht finden wir ja was. Ist hier so ein Lockmeter-Ding? Braucht kein Mensch. Es wird schön mit dem Hammer geöffnet. Richtig altmodisch. Hier links sind welche. Kann es sein, dass wir zwei Chefes hier haben? Möglich. Im unteren Teil ist auch einer. Hier sind sie. Die können wir versuchen mit dem Hammer Platz zu machen. Kommt ihr zu mir? Jo, komme. Musste gerade gucken, wo ihr seid. Achtung, hier ist auch noch Erinnerung. Oh, jetzt bin ich einmal komplett falsch gelaufen. Ich komme gleich. Ich habe mir nur bis nun geschaut. Wir könnten versuchen, jeder zu einem hinzuschleichen. Das sind nämlich genau vier nahe fünf Cent's. Oh, das sind doch ein A6. Achtung, Artefakt. Do not move. There are Zippers. Let them snooze. Metarick. Warte noch mal einen Moment. Oder kannst du jetzt? Hauen um. Hauen um. Hauen um. Nein. Oh nein. Ah. Ja, gut. Nein. 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 Achtung. Dachte noch, unser nächster. Dachte noch, unser nächster. Habe ich dich? Oh oh. Vorsicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Du. Das fällt nicht so fett. Komm hoch. Habe ich jemanden zu leben? Habe ich. Hat es nicht funktioniert? Nein. Wurde abgebrochen. Okay. JETZT! Nee, geht... Boah, Scheidler ist ja drinnen in der Bude, ey. Ich steig meinen Hammer, ich lade ihn noch mal zu wenig auf. Der muss sich länger drücken. Achtung, da kommt noch irgendwas. Irgendwas! Großes Konter! Der Boss! Der Boss! Selt euer Versenties! Selt euer Versenties! Oh ja. Komm schon! Sentry, lass mich nicht in den Stich! What the fuck? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Am besten geht ihr weg, irgendwie. Ah, Scheiße. Zwei, drei, komm noch. Ah, Scheiße! Aber wir vergessen, der ist die Tür durchgemacht. Stimmt. Ich glaube, die volle Eise gehört. Dafür zwei neue Booster. Boah, war das wieder gut. Mit der Community zusammen das zu spielen. Ah, Get the fuck off ist einfach ein so tolles Spiel. Ich denke mal, es wird Zeit für eine dritte Folge. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.